Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Wir haben das Golden Pocket gehittet, wir haben unseren Support gehittet. Ihr seht schon, ich habe was Neues eingezeichnet und wir sind leicht nach unten hingedammt. Setze ich dieser Dump jetzt fort, ändert sich jetzt meine komplette Planung, weil eigentlich, habe ich ja gesagt, bis 26.12. sollte diese Korrektur ursprünglich abgeschlossen sein. Werden wir uns jetzt mal noch ein bisschen genauer im Video anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet und auch in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt fangen wir aber an. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Wir haben ja die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, dass wir einerseits natürlich weiterhin unser Doppeltop haben, das ist auch weiterhin noch im Bereich des Möglichen mit dem Preisziel bei ungefähr, ich sage es mal, zwischen 36.000 und 38.000, je nachdem, ob man die Wix mitnimmt. Gleichzeitig dann gestern so ein bisschen wieder so einen Abverkauf bekommen, bis ungefähr 41.600 US-Dollar wurden dann wieder aufgekauft. Nur nicht so rasant, wie ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt habe. Also wir haben ja gestern auch noch darüber gesprochen, dass wir die Bullish Divergence haben. Die hat sich natürlich ausgespielt und alles schön und gut. Nur so richtiger Kaufdruck kam da jetzt ehrlich gesagt noch nicht rein. So, jetzt schauen wir uns das mal hier noch ein bisschen genauer an. Wir müssten jetzt heute im Laufe des Tages zumindest nochmal, oder es besteht die Möglichkeit, wieder mal bis 43.300 US-Dollar zu gehen. Dort oben ist es 0.786er Fibonacci Retracement Level. Wir haben hier die kleine Ineffizienz noch, würde vielleicht ganz gut passen mit diesem kleinen Inverse Head & Shoulders. und die US-Börsen und natürlich die deutschen Börsen sind heute wieder voll im Game drin. Also heute möglicherweise erstmal nochmal kurzfristige Preissteigerung. Ich rechne aber trotzdem weiterhin damit, dass wir nochmal einen Abverkauf sehen. Womit hat das zu tun? Natürlich weiterhin mit unseren Chart-Pattern. Einerseits im Doppeltop, andererseits natürlich auch diesem Ascending Triangle. Ich traue diesem Markt derzeit einfach nicht über den Weg. Egal wie Bullish alles gemacht wird wegen dem ETF, möglicherweise ist dieser ETF jetzt auch schon eingepriesen. Wissen wir nicht, vielleicht kriegen wir auch gar nicht diesen monströsen Pump, weil bis 29. Dezember haben ja alle ETF-Antragsteller mittlerweile die Zeit dazu, ihre Anträge noch einmal zu überarbeiten, was ja natürlich über die letzten Wochen jetzt alles wieder in den Markt eingepriesen wurde. Also wir sollten jetzt noch nicht zu Bullish sein. Bullish sollten wir erst wieder über 43.600 US-Dollar sein, weil da unser letzter Bullisher Daily Close war. Und sobald wir hier wieder drüber kommen, haben wir auch wieder Bullisches Momentum. Das würde dann wiederum zu einem Ascending Triangle passen. Aber wie gesagt, erstmal noch ein bisschen lockerer. Ich traue, wie gesagt, diesem Markt nicht. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass wir jetzt diesen Support, den wir hier unten jetzt bei 42.000 US-Dollar jetzt getestet haben, gestern und auch immer noch immer wieder testen, dass dieser möglicherweise bricht und wir zumindest mal unseren kurzfristigen Flash-Crash in Anführungszeichen zwischen 40.000 und 38.000 US-Dollar kriegen. Das ist weiterhin die Zone, die mir persönlich am liebsten wäre, einfach weil wir auch extrem hohe Funding-Gebühren immer noch haben. Wir können das mal ganz kurz bei Coinglass, haben wir ja gestern schon mal reingeguckt, mal ganz kurz aktualisieren, wie es derzeit aussieht. Also ihr seht schon, es ist minimal, wenn überhaupt runtergegangen. Wir haben bei Bing X sogar 0,0733. Also das heißt, die Dips, die wir gestern hatten, wurden extrem aufgekauft. Auch bei Bybit 0,07, das ist extrem viel, was wir an Funding-Fleece haben. Also da bitte komplett vorsichtig sein. Für mich bedeutet das einfach nur, wir werden jetzt möglicherweise noch ein bisschen steigen, weil jetzt natürlich alle wieder long reinrennen und dann kriegen wir eben diesen nächsten Abverkauf in Richtung 40.000 oder 38.000 US-Dollar. Das wäre für alle das Beste und dann aber wahrscheinlich schnurstracks wieder Richtung nach oben, weil wir alle einfach in diesem Umfang dann liquidiert hätten. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Glaubt ihr jetzt noch an den Dump oder sagt ihr, nee, 27. Dezember, das Ding ist jetzt rum, wir gehen jetzt nur noch nach oben. Würde mich echt mal eure Meinung interessieren. Ich bin da echt zwiegespalten. Eigentlich war ja, wie gesagt, mein Plan 26.12. Dann sollte die Korrektur bestenfalls abgeschlossen sein und dann können wir mit bullischen ETF-News nach oben hin pumpen, bis dann der ETF genehmigt wird und dann kommt Selde-News-Event. Bisher ist es nicht eingetreten, warten wir erst einmal ein bisschen ab. Ja, die anderen Märkte, Ethereum, brauchen wir uns ehrlich gesagt nicht angucken. Ziemlich öde momentan, alles ziemlich im Gleichschritt. Wenn Bitcoin steigt, steigen die Altcoins. Wenn Bitcoin fällt, fallen die Altcoins nochmal deutlich, deutlich mehr. Man hat es gestern bei Solana gesehen, ich glaube innerhalb von Minuten 10-15%. Darauf können wir uns auch bei einem Flash-Crash möglicherweise einstellen. Kleines Update zu Gold nochmal. Hier konsolidieren weiterhin, also der Plan bleibt weiterhin hier oben bei den 2080 US-Dollar. Daran hat sich seit gestern auch nichts geändert. Das ist weiterhin unser Short-Szenario. Werde ich euch, wie gesagt, in der kostenlosen Telegram-Druppe dann nochmal ein bisschen genauer Bescheid geben, wann wir denn hier Short gehen. Aber momentan ist einfach der Stand hier weiterhin bei 2078 bis ungefähr 2086 US-Dollar hier für einen möglichen Dump vorzusagen und eine Short-Position reinzumachen. Ansonsten, DAX, wie gesagt, Short läuft noch. Die US-Indizes lasse ich diese Woche nochmal ein bisschen außen vor. Den traue ich einfach nicht über den Weg. Ihr seht hier schon, wir haben weiterhin diesen aufsteigenden Kanal. Also das gefällt mir überhaupt nicht, was hier momentan noch läuft. Aber für einen Short, ganz ehrlich, da haben wir uns letzte Woche und vorletzte Woche schon die Finger verbrannt. Also auch hier würde ich derzeit ein bisschen Abstand nehmen. Ansonsten gibt es derzeit eigentlich nichts wirklich Spannendes zu sagen. Heute um 14 Uhr habe ich den Ausblick geplant, also einen Ausblick für 2024. Was steht nächstes Jahr an? Bullrun, Krypto, Bullrun, Rezession, Crash. Alles mal in einem, ich glaube, 10, 15 Minuten Video reingepackt, was ich so sagen wollte. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann später um 14 Uhr wieder. Das war jetzt so ein knackiges Bitcoin-Update-Video. Mehr gibt es derzeit nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Nachfeiertag. Tauscht eure ganzen Gutscheine in der Stadt um. Macht das Beste draus. Immer positiv denken. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns später um 14 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.